Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Call of Duty Ghosts. So, sind jetzt hier gelandet. Aha. Passt gut auf Riley auf. Au, verwundet, ne? Alles okay, Jungs? Oh, den hat's übel erwischt. Oh, scheiße, der ist tot, oder? Oh, fuck, der Typ ist tot. Rest in Peace. Ey, warte doch, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier, oder was? Alter, er blockt, ne? Okay, da ist Hash. Rauf, ja. Oh, shit. Alles gleich, komm. Ist meine Aufgabe. Ja. Guten Tag, Jungs! Jetzt gibt's mich ja mit der fetten Treibseite. Was? Wie verbündet er? What the hell? Okay, nochmal. Der Heli ist schonmal... Der ist schonmal down. Alter, da kommt der nächste Hubschrauber. Das ist uns, ne? Entschuldigung. Ja, ja, ich feuere ja schon was Zeug, Heldmann. Alter, wie viel da kommen? Alter. Das nimmt ja gar kein Ende, ey. Erstmal den Hubschrauber. Wo denn? Aua, das tut doch weh, ey. Oh, oh. Kann man schnell in Deckung hier. Hallo, Maus? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das tat weh. Alter. Da draußen ist ne Muni-Kiste. Scheiße, ich muss rein. Der Penner hat's nur von... Alter, was ist denn mit der Maus hier los? Ich muss jetzt erst mal ausharren hier. Weil denn noch keine Drohnen oder so irgendwas... N? Alles klar. So. Den haben wir. Mist, Alter. Mist, den einen haben wir nicht getroffen. Scheiße. Alter, wie viel kommt denn da noch? Wir haben schon so viel gekillt. Oh, fuck. Alles klar, mach ich. Jetzt haben wir den Heli. Boah, wie wir aufräumen. Nice. Und der nächste Heli. Oh, scheiße. Oh, shit. Mist. Au. Fuck. Oh, scheiße. Schnell in Deckung. Mal erstmal ein bisschen Muni auffüllen hier. Alter. Oh. Oh, fuck. Alter, wie viel... Wie viel kommen denn da, Mann? Das ist doch krank. So. Hier müssen wir lang, ne? Den da oben? Aua! Fuck. What the hell? Alter. Hier, Jungs. Stirb. Naja, wir sind schon underway. Den haben wir. Da oben ist auch cool. So, schnell hier runter. Erstmal naheladen hier. Da links ist einer. Den haben wir. Alter. Alter, wie viel kommen denn da? Was zum Geier, Alter. Das ist ja das reinste Gemetzel hier. Ah, ein Rotpunkt ist da drauf, ne? Nice. Oh, fuck. Das ist eine Deckung. Da oben. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Entschuldigung, Hash. Der Typ da oben ist echt wie so eine Zecke, ey. Der kommt einfach nicht raus. Jawohl, jetzt haben wir einen. Oh. Oh, fuck. Okay, wir können einen Thronangriff machen. Nice. Das hilft. Oh, shit. Ja, ja, mach recht, mach recht. Oh, den haben wir. Ja, alles ausradieren hier. Diese Penner. Oh. Wir machen den Weg frei. Volkseisen, Reiseisenbanken. Wir sind schon on the way. Da ist Hash. Oh, fuck. Bin ich denn net ne Granate erst aufsradieren? Den hab ich. Ja, dann mach mal hin. Okay. Bis die Drohnen da sind, sind sie immer fast tot, ey. Lass mal die hier alle ausradieren. Die wollen zum Weg stehen. Oh, fuck. Alles klar. Ja, ja, bin schon on the way. Scheiße. Oh, oh, fuck. Die schießen auf uns. Na, wir haben aber noch wenigstens genug mitgenommen. Ohne Drohnen wird's jetzt halt hart. Oh, fuck. Wie viel Schaden die Typen machen, Alter. Ne, die sind geblendet. Weg hier, Granate. Lass mal nachladen. Der ist tot. Der ist auch tot. Ich baller mal noch ne, äh, Blendgranate hoch. Der ist blind. Hier, Jungs, vielleicht hab ich auch was. Eine schöne Granat. Wie, die hat nicht getroffen. Oh, nice. Alle ausradieren, die Penner. Oh, shit. Ich wollte gerade auf den Ballern. Aber die gehören alle zu uns. Oh, Muni, nice. Epische Musik. Oh, shit. Penner. Alter. Oh, Riley. Oh, Riley. Oh, Riley. Von wo schießen denn die? Wo denn? Ja, Mama. Die kommen gar nicht, äh, sich abzusagen. Den haben wir. Jawohl, Riley hat einen erwischt. Mit von hinten. So, ich bin drin. Komm rein. Keine Ahnung, ob er rausgekommen ist. Das werden wir jetzt sehen. Riley ist schon mal drin. Na los, komm. Komm, Hash. Ich. Keine Ahnung. Oh, ist gut, Riley. Ja, ja, mach ich. Oh, scheiße. Okay. Ich geh schon mal hoch. Oh, was? Oh, fuck. Der hat auf uns gewartet, das Schwein. Oh, oh. Oh, Riley, nein. F, 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 F. Und wie sollen wir hier wieder rauskommen? Oh, fuck. Ghosts. Okay, okay. Hol uns hier raus. Hey, wir gehen nirgendwo hin. Oh, ich glaube. Hey, wir haben uns gerade gerettet. Komm gut klar. Am Arsch. Am Arsch. Oh, ihr alle. Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Death is down. Wir gehen nicht wohne ihn. Das ist wirklich bewundernswern. Aber euer Vater ist nicht dort. Das ist aber unser Vater, du Trottel. Der Dad ist also ein Ghost. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder mussten noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Na wohl, endlich sind wir nicht los. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht hinfuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock. Wir sind für die Ghostsjahr. Ja. Er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Was? Er war einer von uns. Was? Es begann vor zwölf Jahren. Als das Militär der Föderation ganz Südamerika betroten. Ihr Anführer General Almagro wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Legenden sterben nie. Zwölf Jahre früher. Für uns war Rock eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wie in die Rock trugen wir ihn fürchten. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.